Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows und wie immer an dieser Stelle wollen wir gemeinsam einen Blick werfen auf die vergangene Woche und was es da so Neues in der Microsoft-Welt gegeben hat. Da gab es zwei ganz große Themen, nämlich einmal hat Microsoft über seine Xbox-Strategie gesprochen und spätestens jetzt sollte dem Letzten klar geworden sein, dass das nur noch am Rande etwas mit Spielkonsolen zu tun hat. Und dann ist natürlich weiterhin ganz klar ein Thema Windows 11 oder wie auch immer das neue Windows heißen mag, das uns am 24. Juni vorgestellt wird. Darüber wollen wir natürlich auch ein paar Worte verlieren und last but not least gibt es noch ein eher unangenehmes Thema. Es läuft nämlich derzeit eine Phishing-Welle gegen Microsoft-Konten. Okay, gleich geht's los. Ja, wir beginnen mit der Xbox-Strategie, die gar nicht so neu ist, über die Microsoft in dieser Woche gesprochen hat, die sich aber jetzt, wie soll man sagen, wirklich in ihrer vollen Pracht vor uns entfaltet. Nämlich, es geht, ihr könnt es schon vielleicht ahnen, wenn ihr wisst, dass auch Microsoft-CEO Satja Nadella mit im Spiel war, natürlich um die Cloud, um das Project-X-Cloud, das ja jetzt gar nicht mehr so heißt, aber um eben Game-Streaming aus der Cloud, das in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor überhaupt ist in Microsofts Spiele-Strategie. Ich habe, als das Thema losging, schon einige Male gesagt, wenn es wirklich nur darum ginge, irgendwie Sony einzuholen und mehr Spielkonsolen zu verkaufen, also irgendwann die Playstation ein- oder auch zu überholen, dann gäbe es die Xbox-Sparte gar nicht mehr. Bei Microsoft, dann wäre das ein Drauflege-Geschäft, die Opportunity, wie man da so schön sagt, also die Möglichkeit, da ein neues Geschäft zu generieren, wäre viel zu gering. Da hätte Nadella längst den Stecker gezogen, aber hier steckt eine gewaltige Möglichkeit dahinter, wenn wir über Cloud-Gaming sprechen. Da ist ja Microsoft nicht die Einzigen, die da unterwegs sind, aber das muss man jetzt bei allem, wie wir Microsoft auch immer wieder kritisieren, tatsächlich mal festhalten. Die sind ja so in der Vergangenheit eigentlich immer dafür bekannt gewesen, dass sie entweder einen neuen Trend komplett verschlafen oder sie durchaus einen neuen Trend erkennen, wie zum Beispiel bei Mobiltelefonen, also Smartphones und Tablets und so, dass sie den Trend erkennen, aber nicht in der Lage sind, den so umzusetzen, dass sie dann schließend auch selbst Erfolg damit haben, sondern dann greifen das andere irgendwann auf, machen es besser und ziehen vorbei. Und zum ersten Mal, wirklich seit ich Microsoft ein bisschen intensiver beobachte, habe ich das Gefühl, Microsoft könnte sowohl einen Trend frühzeitig erkannt haben, als auch einer der Ersten sein mit einem eigenen Produkt und am Ende sogar tatsächlich noch erfolgreich werden und diesen Markt besetzen. Denn danach sieht es für mich, ehrlich gesagt, momentan aus. Wir haben natürlich noch GeForce Now, wir haben Google Stadia, wir haben Amazon, die ich nach wie vor für die größten Konkurrenten halte, obwohl da noch gar nicht so viel passiert. Also dieser Markt wird doch sehr spannend und auch sehr umkämpft werden in den kommenden Jahren, aber Microsoft ist in einer super Position und jetzt komme ich endlich mal zu den Neuigkeiten, die diese Woche dann auch in Stein gemeißelt wurden. Nämlich, man arbeitet mit zahlreichen Fernseherstellern zusammen, um eine Xbox-App auf Smart-TVs zu bringen. Alles, was man dann noch braucht, ist ein Controller und schon kann es losgehen. Das gleiche gilt für den eigenen Streaming-Stick, den Microsoft jetzt bestätigt hat. Wir haben schon oft Gerüchte gehört, dass sie an einem solchen Gerät arbeiten würden. So richtig bestätigt hatten sie es noch nicht. Jetzt haben sie ihn zwar noch nicht gezeigt, aber sie haben gesagt, jawohl, sowas bauen wir und sowas wird auf den Markt kommen. Dann wird Game-Streaming im Browser auch quasi auf allen Endgeräten in Zukunft unterstützt werden. Man wird es in die Xbox-App für den PC integrieren. Und last but not least kommt das Game-Streaming auch auf die Xbox selbst. Das ist ein Punkt, wo immer mal wieder Leute sagen, ich brauche kein Streaming, wenn ich eh schon die Xbox da habe. Das ist zwar grundsätzlich richtig und nach wie vor wird natürlich auch die Leistung und die grafische Qualität mit der Konsole die allerbeste sein. Das wird sicherlich noch sehr lange dauern, bis da die Cloud auch nur ansatzweise mithalten kann. Aber eben Angebote wie der Game Pass und um den dreht sich es dann letztendlich auch immer, weil das ist nämlich das Modell, das mit seinen knapp 10 Euro Monatsgebühr, nämlich dann natürlich auch das Geld nach Hause bringt für Microsoft. In Verbindung mit dem Game Pass wird Streaming auf der Xbox deswegen so viel interessanter, weil, und das weiß jeder, der ein Game Pass-Abo hat, das Angebot ist viel zu groß. Man weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was man überhaupt spielen soll. Und dann liest man irgendwie eine Spielbeschreibung durch und denkt sich, wow, das sieht ganz nett aus, aber 75 Gigabyte Download, so viel Platz habe ich vielleicht gerade gar nicht mehr auf der Konsole oder jetzt will ich nicht so lange warten. Ich würde es ja dann, wenn schon, gern gleich direkt ausprobieren. Und an dieser Stelle kommt dann eben das Cloud-Streaming ins Spiel. Das Ganze wird jetzt wirklich eher so ein Instant-Katalog. Das heißt, man blättert durch so ein Spiel durch, oh, das sieht interessant aus. Und bevor ich die Beschreibung lange lese, drücke ich aufs Knöpfchen und spiele das einfach direkt an und kann mir so sehr viel schneller ein Bild davon machen, ob mich das Spiel tatsächlich interessiert oder nicht. Von daher glaube ich tatsächlich, dass dieses Streaming auch auf der Xbox sehr intensiv genutzt werden wird und, ja, dass das den Game Pass an sich als Angebot auch nochmal ganz erheblich aufwertet. Jetzt haben wir viel über Streaming gesprochen auf den Endgeräten. Dann müssen wir noch über die andere Seite reden, nämlich über die Server. Auch da wird sich bei Microsoft was tun. Sie werden nämlich ihre Cloud-Server nach und nach jetzt hochrüsten auf die Xbox Series X. Wo kriegen die die nur her? Es gibt ja nach wie vor nirgends welche zu kaufen. Also, das werden sie tun. Und dann werden wir uns natürlich da auch noch über noch kürzere Ladezeiten, bessere Grafik und so weiter freuen können. Es gibt eine kleine Baustelle, über die Microsoft nicht gesprochen hat, von der ich aber glaube, dass sie da auch noch ran müssen. Und das ist der Controller. Google Stadia mag jetzt nicht unbedingt die Referenz sein, was den Erfolg mit Cloud-Streaming angeht, noch nicht. Ich habe die, auch wenn viele Google an der Stelle schon abgeschrieben haben, ich bin da nach wie vor ein bisschen vorsichtig. Und das ist ein Marathon. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Und kein Sprint. Wir müssen mal in fünf Jahren schauen, wie die Welt da aussieht. Aber wieder zurück zum Thema. Google hat eine Sache bei seinem Controller gut gemacht. Die haben nämlich in den Stadia-Controller direkt WLAN eingebaut, was die Latenz verringert. Und ihr wisst selber, wenn ihr Shooter oder auch Rennspiele spielt, überall, wo es auf schnelle Reaktionen ankommt, minimale Lacks können einem da das Spiel schon so richtig versauen. Und an der Stelle, glaube ich, sollte Microsoft sich auch noch was überlegen. Und eben vielleicht auch darüber nachdenken, einen für die Cloud-optimierten Controller zu konzipieren, der dann zum Beispiel eben auch direkte WLAN-Verbindungen hat. Wie gesagt, alles sehr spannendes Thema. Und dazu kommen jetzt dann natürlich noch die ganzen Games, die uns Microsoft dann auf der E3 präsentieren wird. Allen voran natürlich das neue Halo, von dem wir dann hoffentlich auch einen Release-Termin bekommen werden. Vielleicht gibt es den sogar schon, bis ihr euch das hier anhört bzw. anschaut. Und ja, in Zukunft hat sich Microsoft vorgenommen, pro Quartal, also alle Vierteljahr, mindestens ein richtig gutes eigenes Spiel, also aus den eigenen Studios, auf den Markt zu bringen, um eben hier auch immer wieder Anreize zu schaffen, eben nicht sich die Spiel zu kaufen, sondern es geht am Ende des Tages immer nur um den Game Pass. Und wenn da eben alle Vierteljahr ein super neues Spiel reinkommt, dann ist es ein Thema. Da fragt man sich dann auch irgendwann nicht mehr, ob das die 10 Euro wirklich im Monat wert ist, weil ja, das sind 100 oder 120 Euro im Jahr, zwei Spiele, da ist das Geld schon weg. Und ich bin da wirklich sehr optimistisch, dass Microsoft hier gut unterwegs ist. Und in den letzten Jahren ist ja auch beim Thema Xbox wirklich selten nur noch was schief gegangen. Und von daher glaube ich, dass sie da wirklich die richtigen Rädchen drehen und hier durchaus erfolgreich unterwegs sein können. Wir werden sehen. Sehen werden wir auch, was Microsoft uns am 24. Juni präsentiert, wenn sie dann das neue Windows enthüllen. Alle Welt spricht nur noch von Windows 11 und Microsoft tut auch alles dafür, dass das so bleibt. Ich habe es letzte Woche an dieser Stelle schon erwähnt, dass es entweder sind das inzwischen gar nicht mehr so subtile Hinweise oder es ist einfach eine sehr clevere Verarsche, auf Deutsch gesagt, um uns hier auf die falsche Fährte zu locken. Keine Ahnung, ist letztendlich auch nicht so wichtig. Was haben sie in dieser Woche getan, um so ein bisschen die Neugier anzuheizen auf den 24. Juni? Einmal hat man die Pause-Taste gedrückt bei den Windows 10 Insider Builds. Da wird es jetzt vor dem 24. Juni nichts Neues mehr geben. Man wird noch so ein paar Wartungs-Updates rausfeuern. Angeblich macht man Pause, um eben die Auslieferung dieser Wartungs-Updates zu optimieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es geht einfach nur darum, ein bisschen da den Spannungsbogen aufzubauen und uns neugierig zu machen, was dann am 24. gezeigt wird. Ich habe übrigens gehört, dass es nach der Vorstellung dann auch wirklich nicht mehr lange dauern wird, bis man das, was sie uns da zeigen, auch tatsächlich selbst ausprobieren kann. Noch im Juni wird wohl die erste Preview von Windows 11 oder wie auch immer es heißen mag, Codename Sun Valley, dann tatsächlich für die Allgemeinheit verfügbar sein und wir alle werden schauen können, was Microsoft da Schönes gebastelt hat. Gebastelt haben sie einen bizarren Trailer, den ihr euch unbedingt anschauen müsst auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Windows. Man hat die Startsequenzen von Windows 95, XP und 7 zusammen gemixt, also die Startsounds, und hat die gestreckt auf sage und schreibe genau 11 Minuten. Also nicht 10,59, nicht 11,01, sondern genau 11. Auch das wieder so ein nicht subtiler Hinweis, sondern ein sehr oft kundiger. Man hat das Ganze, um überhaupt diese 11 Minuten zu erreichen, hat man die Abspielgeschwindigkeit um 4000 Prozent reduziert. Ich bin seitdem am Überlegen, was diese 4000 für eine Bedeutung haben könnte, weil ich glaube, dass bei solchen Marketingaktionen vor dem Start eines neuen Produkts rein gar nichts Zufall ist. Jedes Detail ist da ausgeplant, wobei man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, dass man am Ende nicht mehr Hinweise entdeckt, als überhaupt versteckt wurden vor lauter Ersuche. Aber wie gesagt, ich glaube, weil sie auch diese 4000 so explizit erwähnt haben, irgendeine Bedeutung wird sie haben, keine Ahnung welche. Und Faden verloren? Ach so, ja. Ich habe mich natürlich gefragt, also erstmal klingt das ganz furchtbar schräg, ihr werdet es nicht 11 Minuten lang aushalten, ganz versprochen. Seinen Zweck hat es erfüllt, nämlich viele Leute haben gesagt, was ist denn das für ein komischer Scheiß? Und damit hat das Marketing schon funktioniert. Denn Sinn und Zweck von Marketing ist es, im Gespräch zu bleiben und nicht wieder vergessen zu werden. Das ist gelungen. Ich sehe das Ganze mit so ein bisschen, mit zum Augen zwinkern. Es ist ein Späßchen und alles, was irgendwie Aufmerksamkeit erzeugt, für diesen 24. ist jetzt in meinen Augen auch erlaubt. Nachdem man vor allen Dingen so lange, was Windows angeht, so still war und so geschwiegen hat. Wir sollen ruhig ein paar verrückte Sachen machen. Warum man 95 XP und 7 ausgewählt hat, für diesen Mix, habe ich mir natürlich auch überlegt. Und ja, Windows 95 war natürlich zur damaligen Zeit ein Durchbruch, also was die Oberfläche angeht, also ein radikaler Umbruch. XP zwar auch, aber XP war ja mehr so technisch, so eine Geschichte. Also da hat man die Versionen für Home und Consumer, äh, für Home und Consumer, für Consumer und für Business erstmals zusammengeführt. Vielleicht ist das an der Stelle auch irgendwie so ein kleiner Teaser. Ja, und Windows 7, das erfolgreichste Windows aller Zeiten. Da müssen wir nicht viel Worte drum verlieren. und so eine Mischung aus allem soll jetzt dann wohl das neue Windows werden, wie immer es dann auch heißen mag. Einen Hinweis haben sie selbst fallen lassen, allerdings unbeabsichtigt. Microsoft hat versehentlich ein Dokument veröffentlicht, in dem zu lesen war, da ging es um Applikationsverwaltung und da stand eben, so machen sie das unter Windows 10 und unter Windows Sun Valley. Also man hat tatsächlich von zwei verschiedenen Windows-Versionen gesprochen. Ich persönlich glaube auch, dass es so sein wird. dass Windows 10 über den Herbst hinaus existieren wird, so denn dieses Sun Valley im Herbst veröffentlicht wird, was ich persönlich glaube. Also wie gesagt, ich glaube, Windows 10 wird den Start der neuen Windows-Generation überleben. Man wird das ja auch gar nicht so schnell an die Unternehmen verteilen können, beziehungsweise die werden da wie immer abwarten. Also ich denke, das wird tatsächlich ein ganz klassischer Windows-Launch. Das heißt, es kommt eine neue Version und die alte läuft erstmal weiter. bis 2025, da gab es diese Woche auch so ein paar Schlagzeilen, ihr habt sie vielleicht gelesen, dass man auch so als Indiz gewertet hat, hey, Microsoft hat jetzt ein Auslaufdatum für Windows 10 festgelegt, 2025, das ist jetzt der endgültige Beweis, dass ein neues Windows kommt. Kann man so sehen, wenn man nicht weiß, dass es dieses Datum tatsächlich schon seit 2015 gibt, ist kein Witz. Ich habe damals auch sogar, also es gibt eine News auf Dr. Windows von Juli 2015, in dem ich das thematisiere. Das ist ganz einfach der Standard-Support-Zyklus von einer neuen Windows-Version. Fünf Jahre Mainstream-Support und fünf Jahre erweiterter Support und dann sind wir bei 2025. Dieses Datum steht tatsächlich schon seit sechs Jahren fest. Das ist also nichts, was jetzt irgendwie in Verbindung mit dem neuen Windows festgelegt wurde. So schön es denn auch wäre, weil dann wäre es ja irgendwie doch wieder ein weiterer Hinweis. Egal, es ist nicht mehr lange hin, es sind nur noch weniger als drei Wochen und wie ihr alle, bin ich natürlich sehr gespannt, was uns Microsoft zu zeigen hat. Wir kommen dann zum letzten Thema für heute, das nicht unbedingt einen aktuellen Bezug hat, sondern immer so ein bisschen aktuell ist, aber es sind in dieser Woche wieder einige Phishing-Mails unterwegs, die an private Microsoft-Konten verschickt werden und darin wird den Leuten mitgeteilt, dass sie ihr Konto aktualisieren müssen, weil sie sich sonst innerhalb weniger Tage nicht mehr anmelden können. Und ihr ahnt es sicherlich, wer auf diesen Link klickt und dann seine Anmeldedaten eingibt, der hat sie nicht Microsoft mitgeteilt, sondern irgendjemandem, der dann Böses damit vorhat. Jetzt denkt ihr vielleicht der ein oder andere, warum erzählt der mir das? So schlau bin ich doch selber, wenn ich so eine E-Mail kriege, dass ich die gleich lösche. Ja, das traue ich euch auch absolut zu, aber ich habe selbst gerade kürzlich innerhalb der Familie wieder einen solchen Fall gehabt. Da ging es nicht um Phishing, da ging es um einen dieser betrügerischen Support-Anrufe, wo angebliche Microsoft-Mitarbeiter anrufen und erzählen, dass man Viren auf dem Rechner hätte. Und es ist in dem Fall glücklicherweise kein finanzieller Schaden entstanden, die Kiste musste eben aber trotzdem platt gemacht werden. und ich habe mich so ein klein bisschen mitschuldig gefühlt anschließend, weil ich nichts gesagt habe. Also das ist eine Person aus der Familie und ich hätte durchaus einfach mal sagen können, du, pass auf, wenn da mal jemand anruft, leg einfach auf, das sind Betrüger. Das habe ich nicht gemacht und genau an dieser Stelle, deswegen wirklich an euch auch noch mal die Bitte, geht noch mal kurz in euch und überlegt, wen ihr so in eurer Familie und eurem Freundeskreis habt, der für sowas anfällig wäre und vergewissert euch, dass diese Leute aufgeklärt sind. Wenn jeder in seinem Umfeld da so ein bisschen für Informationsverbreitung sorgt, dann haben die Leute keine Chance mehr, weil dann haben wir, Stichwort Herdenimmunität, gegen solche Betrugsversuche. Deswegen wollte ich das an der Stelle ganz einfach erwähnen und ja, damit bin ich für heute durch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche mit viel Sonnenschein und ohne Phishing und sonstige Unannehmlichkeiten. Bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt uns gewogen und wir hören und sehen uns dann in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. mit vielleicht schon wieder Neuigkeiten zum neuen Windows oder auch ganz andere Dinge, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie in der kommenden Woche passieren. Bis dahin, macht's gut, bye bye und passt auf euch auf.